Mein größtes Talent neben Fuß war das Autofahren. Ich würde sagen Golf. Tischtennis. Tischtennis. Dennis dich. FIFA-Spiel. Kommt der was? Einmal in die Kamera lächeln. Hallo. Talentfrei. Talentfrei. Ja, ich auch. Dennis. 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 Solider Rounder überall. Turkan natürlich. Was ist denn Turkan? Ich kann in 25 unterschiedlichen Formen pfeifen und das hat mir Cello Melen beigebracht. Cello Melen ist der Weg. Cello Melen ist der Weg. Hast du schon wieder geantwortet? Doch, ja. Gedichte schreiben.